Um euch nicht mehr zu triggern, hau euch gleich das Spionage-Flugzeug raus. Geil! Yo Leute, was geht bei euch? Bei mir geht... Ihr seht es schon. Das nehme ich. Doppelabend. Call of Duty Black Ops Cold War. Ich habe es mir letztens, also was heißt letztens, gestern im Angebot geholt für knapp 40 Euro. Wollte es mir ursprünglich eigentlich nicht holen. Nicht, weil ich es schlecht finde oder so, sondern einfach, weil ich mit Modern Warfare eigentlich noch genug zu tun hatte. Ich habe mich dann aber trotzdem angesichts des Preisnachlasses dann doch dafür entschieden und habe jetzt schon ein paar Runden gespielt, muss ich sagen. Eigentlich gefällt es mir richtig gut. Ich bin jetzt, glaube, keine Ahnung, was ich jetzt für ein Level bin. Also noch ziemlich am Anfang Level 6 oder Level 5. Jedenfalls habe ich noch nicht den Klasseneditor freigespielt. Ich glaube, da bin ich sogar noch Level 4, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Verdammt. Ihr seid sozusagen noch frisch dabei. Ich bin frisch geboren worden sozusagen in Cold War. Dann muss ich erst mal wieder an die Waffen gewöhnen. Die Maps kenne ich auch noch nicht. Gucke da noch rein wie so ein Schwein ins Uhrwerk, aber... Wie gesagt, das, was ich bisher gespielt habe, das bisschen hat mir schon richtig viel Spaß gemacht. Ich bin eigentlich auch mehr... ...der Black Ops Spieler. Keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, weil ich bei COD mit Black Ops 4 eingestiegen bin. Nein! So sieht es aus, Jungs. Gerade so am Anfang mal so die Entwicklung mal festhalten. Wie sich das so entwickelt, sozusagen. Also vom Anfang an. Nein! Hallo! Er hat geträumt. Wie sich das mal so entwickelt mit dem Skill-Based Matchmaking. Am Anfang ist es ja jetzt noch relativ easy. Ich meine, jeder ist ungefähr genauso doof wie ich. Man kennt die Maps nicht. Hinterrücks ist immer gut. Da war noch einer. Wo ist er hin? Nicht, dass er mich hinterrücks erschießt. Der Charly wird gesichert. Ui! Scheiße! Da läuft der nächste, Alter. Ich vermisse meine Heilung. Mein Stim. Gute Arbeit, Diggy. Okay, Sieg. Oh, Level 3. Sogar jetzt bin ich Level 4. Ne, jetzt bin ich Level 5. Klasse, Nettetor. Endlich! Komm rein! Achso. Oh, was ist das? Seilwinde. Komm ich hin? Dann wieder hoch hier. Da lief so eine Ratte. Die mache ich kalt. Sehr schön. Schön mit der Pistole. Ui! Ui! Alter! Er war genauso verstrahlt wie ich. Eigentlich wollte ich mich noch rasieren, aber nein! Das Spiel... Die Sucht hat mich gepackt. Keine Zeit für... Bartpfleger. Sehe ich eben aus wie ein Waldschratt. Ist mir immer egal. Ich will leveln. Nein! Nein, er hat nicht mehr auf... Kanade überall! Hallo? Hehehehehehe. Hehehehehehe. Okay. Nein! Schieß die Pistole. Irgendwie. Nicht so schnell. Keine Ahnung. Ich habe auf dem Knopf rumhämmert wie so ein Geistesgestörber. Komm schon. Zeig dein Köpfchen. Zeig dein Köpfchen. Komm schon. Komm schon. Zeig dein Köpfchen. Die Tastatureinstellung macht mich auch noch müh. Aber muss ich auch noch mal... ...anpassen. Ich habe überhaupt noch nichts eingestellt. Überhaupt noch nichts. Außer meine ASDF-Belegung. Sie rührt sich nicht. Was? Ich will gerade jauchzen. Was zum Hänger? Er spielt ASDF. Er spielt ASDF. Irgendwie bin ich mit der BASD-Belegung nie richtig warm geworden. Es hat auch seine Gründe, dass ich alle meine Shooter mit ASDF spiele. Es liegt daran, dass ich früher oder sonst mehr so Strategie und Rollenspiele gezockt habe. Und da war halt... Von daher kommt das noch. Sehr schön. Prima. Rennen wir direkt in die Arme. Weil sie alle hier zu ihrem Schimmler posten wollen. Sehr nice. So ganz weiter gehen. Hier wird nicht mal geschimmelt, ihr Ärsche. Denen habe ich das Schimmeln ausgetrieben. Jetzt sitzen sie wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Boot und schimmeln dort. Wenigstens habe ich noch einen weggeschossen. Was? Nein! Was ist da los? Warum bin ich runtergefallen? Kann da drüben überhaupt einer stehen? Ich weiß es nicht. Das war ein knapper Sieg. Ey! Ich, bester Moment. Ich lache mir den Arsch ab. Au! Da hatte man hier einer getroffen. Ja, aber... Schönes Ding, schönes Ding. Komm hier. Der kriegt auch noch eine. Satt. Oh! Den anderen haben sie vergessen, Alter. Level 6. Schönes Ding. Was gab's? Stimulanz! Jetzt bin ich mal gespannt, wie die AK reinhaut. Ich liebe die AK. Die ist schon immer gemocht. Ich hoffe, sie enttäuscht mich nicht. Was habe ich denn hier? Habe ich da eine Lampe dran? Sagen wir mal, leuchtet das? Sehen die mich da? Kann ich die ausstellen? Steps. Nice! Aber die AK hat mit Schmack reingeraucht hier. Und das Ding. In die Beute. In die Meute. Alter. Völlig, völlig fertig. Hallo! Genau! Das wollte ich gerade sagen. Wenigstens einen abgeschossen. Ich hätte alle bei haben können. So, diesmal bin ich schlauer. Um euch nicht mehr zu triggern, haue ich gleich das Spionageflugzeug raus. Geil! Nein! Ich hätte ihn mal... Jetzt! Alter, der hat einfach mal keine Chance gegen die brachiale Gewalt der AK. Alter, das ist... Der Sound ist so... Ah, geil! Das Feeling! Sniper! Weggemacht! Er war nie wieder gesehen auf dem Spielfeld. Er hat geragequittet, glaube ich. Glück gehabt. Oh, Level 4, Level 4! Das Ding macht schon Schaden, aber... Es ist doch... Ich war im Haus, Alter! Ich war doch in dieser jämmerlichen Bruchbude. Also, er hat meine... Er hat meine Rache zu spüren gekriegt. Alter, was geht hier ab? Wo bin ich denn hier? Egal, Hauptsache umgebracht. Aber das... Ah, das ist unser Flugzeug. Okay, sehr schön. Schönes Boot. Aber hier gibt es nicht die roten Pfeile oben am... am Richtungs... der Richtungsanzeiger. wie bei Modern Warfare, oder? Hier muss sich der Meister echt noch konzentrieren. Bin ich denn? Ich weiß nicht, wo ich bin, aber es ist schön, dass mir die Leute vor die Flinte laufen. Onkel Sam kann mich am Arsch lecken. Onkel Sam, Alter. So sieht's aus, Kumpel. Und getötet. Da noch ein männliches... Naja. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Nein! Niederlage! Oh, schöne Quote. Level 8, lacht mich an. Level 8. Weiter. Was habe ich denn? Ah, okay. Sehr schön. über filarsch. Ăle. so das oder das pa